Meine Mates und ich, wir spielen ARK PvP und heute sind wir auf die Center unterwegs. Und alle diejenigen, denen das nicht gefällt, ihr müsst das Video nicht schauen. Ich mache das Ganze hier, weil es mir echt Spaß macht und ich möchte euch mit den Videos natürlich auch eine Freude machen. Also schreibt mir lieber mal in die Kommentare, ob ihr diejenigen seid, die gerade noch ihre Winterjacken tragen oder schon mit Bikini am Pool liegen. Und bevor wir zum Raiden aufbrechen, gucken wir uns noch diese neuen Dino-Kostüme an, die es jetzt seit der animierten Serie gibt. Und was soll ich dazu nur sagen? Und ich sag dir, der Dodo sieht genauso schlecht aus. Haben wir nen Dodo hier? Bestimmt nicht. Alter, oh mein Gott. Es passt halt auch nicht in das Game. Es sieht doch falsch aus. Überhaupt nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer findet die schön? Ich bekomme da direkt Lust, was zu zerstören. Hello. Hello, hello, hello. Au. Red, ich habe hier ein Rocket Lounge an der Hand. Ich würde jetzt ganz vorsichtig sein, wenn ich du wehren. Also du musst hier runter. Ja. Auf das Chandy aufpassen, was da unten hängt. Was? 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 Dann ist das doch einer von diesen Ausgängen hier, oder? Du bist ja, dann siehst du eine kleine Insel und dann geht's quer rüber. Okay. Die Dark Empire. Oh. Ich geh mal davon aus, dass wir kein... Right. Obwohl, nee, das sag ich jetzt nicht. Ach. Das sind ja schon wieder diese... Soll ich dich... Bip. Und gib mir mal... Gib mir mal ein Heavy und einen Tick. Ich bin sehr verwirrt hier davon. Also, das... Dieses Dark Empire, von dem die Cliff ist, die wurden geradet oder so. Ja, Mann. Also, da oben ist auch noch weh, ne? Ja, ja. Das sind wieder diese... Soll ich dich... Bip. Typen. Also, hier sind von drei verschiedenen Tribes jetzt schon die... Foundies, Turrets, alles. Und wenn auch du mal wieder Lust hast, richtig raiden zu gehen, dann komm gerne auf meinen Community-Server. Der wiped jetzt am dritten, fünften. Arctowal wie Evolved. Alle Maps und alle weiteren Infos dazu gibt's im Discord. Und der Link ist in der Videobeschreibung. Guten Tag. Was die ja kein Spam haben, ist aber ungewöhnlich. LN. Mhm. So, wer jetzt gleich gucken will, was da abgeht, der kann in... Arnold, hast du jetzt die Hardcore? Ja. Ah ja, und da kommen die Turrets. War das hier vorher schon mal bebaut und geradet, weil da draußen so viele Fops, so viel Spam und alles ist? Ja. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Das wird immer wieder bebaut. Lisa, du passt auf mich auf, ne? Ja. Geh mal nachgucken, was da so los ist. Oh ja. Ganz viele Tech-Turrets. Mhm. 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 Was ist hier los? Ah, hier ist der Jen. Mhm. Oh, das ist ein Player. Oh. Oh. Lol. Er hat ihn schon. Ja, ja. Boah, wir müssen den direkt cagen am besten. Ja, du kannst nicht krautsen, das ist das Problem. Kannst du den kaputtbeißen? Äh, machst keinen Schaden. Ne, ich mach überhaupt keinen Schaden. Äh, es hat geboostert. Mhm. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich raustappen soll. Dann bin ich wieder da. Ich würde gerne einmal auch mal reingucken. Alles gut. Also der Typ, der Typ ist jetzt gleich frei. Der Typ ist jetzt frei. Ja. Ja. Der ist durch den Crouch, oder? Ja. Ja. Ja, wird er jetzt eh abgeknallt, oder? Er croucht. Und jetzt war die Tür jetzt so lange halt aus. Er ist ja nicht mehr bewegt. Er geht nach hinten. Er geht nach hinten. Hier ist noch ein Typ. Hier ist noch ein Typ. Das ist drei. Okay. Also wenn der draußen ist wirklich der eine, dann zwei sind noch hier innen drin? Nein, nein, der kommt, der kommt gerade nach hinten. Ne, ne, aber hier sind trotzdem noch mal zwei. Okay, es sind drei Typen online. So, ich brauche jetzt vorne bitte, ähm, jemanden, der macht. Was sollen wir machen? Vorne? Achso, die, äh, Foundations, ja? Ja. Ja, ich geh hin. Weil ich brauche... Ich hab die zweite Foundation. Okay. Was soll ich nicht kriegen? Was soll ich hier machen? Ja. Ne, ne. Hier ist kein Cave-Damage mehr, ne? Oder? Sag ich ja. Ja, da vorne ist von der Foundation. Ich bin aus meinem Nocklen rausgeflogen. Hast du F gedrückt? Nein. Wieso ist hier kein Cave-Damage mehr? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Wo sind die Trids? Wo sind die Trids? Hier um die Ecke, ne? Mhm. Solo-King ist er ja wohl nicht. Jetzt ist Nocklen tot. Moment, wir machen was anderes. So, Stego. Äh, hast du noch Foundys, Moon? Kriegst du noch Warte vor? Ne, ich hab keine mehr. Auf den Stego eventuell gehen? Ich hab Tyre Endos. Ich bin nicht da, ich hol Foundys. Boah. In dem Wurzeln keine Foundys mehr. Ne, ich travel noch mal. Dann... Ich travel. Das wär super. Ja, ey, ich muss raus. Das halte ich so nicht aus. Ja, alles gut, dann komm raus. Ich glaube, da ist echt tatsächlich eher Trike. Haben wir genug Trikes da, oder soll ich mal welche mitbringen? Ich hab Trikes in der Tasche. Okay, gut. Pass auf, du bist nicht genettet, ne? Ah, good point. Ich lauf noch ein Stück zurück. Darf mich nicht selber netten. Dankeschön. So, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Foundations hab ich. Tourists wolltest du. Die haben mich versucht zu netten, aber ich bin noch Rock-Fulldown. Er vermied immer noch von irgendwo. Er steht beim Trike. Ah, wer hat'n gepfiffen? Ich musste das Trike rausreifen. Er hat vorne Türs hingestellt. Vorne ist dann auch drin. Nicht mit dem Rock-Trick da rein. Er kickt halt übelst auf seine Schnauze. Ne, da steht das Trike noch vor. Er ist hier vorne hinterm, hinterm Stego. Äh, Red, du verkaufst noch so hart, ne? Wieder hinterm Stego. Hit. Und keine gute Flagg an. Er geht rein. Einer dead. Einer hinter seinem Turret dead. Nice. Ähm, ich renn wieder auf, ne, darf ich nicht. Der Maid versucht. Der Maid revelt. Ich laufe in dem Stego. Ja, der Maid hat ihn. Der Maid hat ihn. Okay. Wo wird uns abgefallen? Soll ich noch mal nocklen? Ja, kannst du es noch mal versuchen. Vielleicht haben die keinen Heim noch vor. Haben wir hier Turret cover im Mund? Ja. Dann stellen wir ein neues Turret auf. Ja, neues Turret steht direkt da. Ja. Ist es leer? Nein. Aber noch eins. Und Heavy. Eins. Sehr schön. Wollen wir dich? Ich muss kurz durch. Okay. Hier ist ohne Energie. Ja. Ja. Ähm, gerne einmal mit Tech-Drag hinterher. Ja. Moment. Ich bin tot. Kann mich jemand grabeln? Aua, aua, aua. Ich versuch's. Ich krieg die Turrets ab. Warum krieg ich die Turrets ab? Weil er nicht mehr draufsitzt. Hä? Auf dem Trike. Die haben irgendwas gegen Nocklins. Ich werd aus meinem Nocklin rausgekickt. Alter. Die Turrets. Du musst aufpassen, dass ich nicht die Turrets jetzt hier hinten abrötet. Ab, ab, ab. Ab, 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 ab. Red, wenn du wieder drauf gehst, dann komm ich mit dem Trike, äh, mit dem Rock Trike hinterher. Kriegst du Player-Hits? Nee. Aber ich hab halt jetzt keinen Net, ne? Also, gerne schnell. Ich komm hier nicht mehr durch. Doch, jetzt. Ja, das glaub ich gern. Und du triffst den Spieler. Ja, sehr schön. Ich seh nichts, aber... Nettet? Mein Vieh ist Nettet? Okay. Und da drauf? Alter, mal durch den Kopf. Ich seh nichts, Mann. Ich drück sie, drück sie. Da oben auf dem Pillar ist das Nächste. Ja. Der Gang ist so schmal. Kommst du dann vorbei? Ja, treff ich. Ja, treff ich. Okay. Ja, der trifft. Moment, hör mal aufzuschießen, dann sag ich dir, was Nächste ist. Das Nächste ist... Da, da, ich seh's. Da in der Ecke irgendwo. Gucken, ob ich durch einen Splash irgendwie hinkomme. Ja, ja, perfekt. Du triffst jetzt gerade sogar schon das ganz hinten. Irgendwas macht auch Damage an mir, aber... Sehr gut. Eines hast du. Die Super ist auch um die Ecke, kommt gleich. Ja. Genau. Hier in der Ecke stehen zwei. Weiß es... Ne, da krieg ich die Turrets ab. Ja, triffst du. Du hättest auch ein Player. Was mach ich denn die Zahlen? Ja, ist der Player, ne? Ist du mich denn, der mich snipet? Player, 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 Player. Jetzt treff ich grad nichts mehr. Nett, calm. Versucht mich zu netten, ja. Jawoll. Oh, der hat ihn hinter mir geplaced. Kann mich jemand graveln? Kit ist gegrabbelt. Danke. Oh, hab ich mich erschrocken. Von mir? Nein, ja. Ich dreh mich um und plötzlich kommt ein Rocket um die Ecke gelaufen. Mhm. Also theoretisch kommen wir nochmal genauso rein. Mach ich mal ein Rücken mit. Hat wieder Hits. Hat jemand von euch die Repair Station schon platziert gehabt? Nein. Ich glaub, der ist an seinem Heavy. Ja, Moon wird gesniped. Du kannst nur Rocket, guck mal, wenn du hier stehst, kannst du nur Rocket durchjagen. Die hat vorhin getroffen. Auf der Heavy. Genau da ist jemand. Wird abgefangen. Oh mein Gott, ja. Da kann ich nicht mehr hingehen. Das räumt die Turtles hier weg. Haben wir zufällig Anti-Dot mit. Falls was passiert. Falls die Nocklin haben. Hab dich genettet? Ich hab ja Schock. Oh, ich hab ja Schock. Okay. Einer ist da immer noch. Dann let's go. Boah, ich muss erst wieder hier durchkommen. Das ist ein bisschen schwierig durch den Aufbau. Hey, Rodrik, ist so fett. Jetzt. Okay. Ich hoffe, hier komm ich noch durch. So gucken. Ja, pass auf direkt, das Töte ist hinter dir. Gleich wieder. Ja, genau. Das hier vorne. Hier vorne steht halt eins. Aber. Pass auf, ich versuch mal kurz hinter euch zu kommen. Ja, versuch mal. Ja, wenn mir jemand Rockets in den Truck legen kann, dann kann ich halt das hier rocketen. Warte. Hast du Rockets? I try. Ich hab nur noch fünf Stück, aber probier's mal. Da ist drin. Naja, das reicht ja völlig. Danke. Pass auf, der versucht die ganze Zeit schon wieder zu netten. Äh, es könnte tatsächlich sein, dass ich bald nicht mal auf Cooldown bin. Naja, versuch's noch zu sprengen. Ja, nice. Okay, dann einmal zurück und auf Cooldown gleich setzen. Nee, gerade ist gut, gut, gut. Perfekt. Ja, ja, das macht kaputt. Das war perfekt. Der Krieg zu hälftig, der aber setzt noch über Hälfte. Ja, Rocktrick ist gleich los. Naja, so über Hälfte. Noch ist gut. Okay, dann lass es mal zurückgehen, Red. Komm erst mal kurz zurück. Ist das leer? Ich kann hier stehen und hier netten. Ja. Das eine da vorne ist leer. Hast du genettet? Sehr gut. Kannst du gleich sprengen? Mit dem Rockets? Das leere? Ähm, ja. Oh mein Gott, da steht jede Menge. Ja. Wir brauchen da nur noch Zungen mit, wenn wir die weiter sich halten. Achso, die hab ich in der Tasche. Hups. Ah, okay, gut. Sehr geil. So wären wir nicht da. Können wir nicht ein, zwei Tools ausmachen, solange? Dass es nicht alles schießt? Ja, wir zocken, ey. Da hab ich immer die Tools nachgefüllt. Ja, die habe ich gerade auch schon, also. Ne, ich hab die nachgefüllt mit ihren eigenen, ja? Ja, er ist tot, er ist tot. Hat jemand Grapplingbox? Ja. Wo liegt der? Ja, drunter. Ja, ich kann dann Tag Tools abräumen. Also auch, nächster Player? Ja. Er hat seinen Mate geholt. Jawoll, hast du. Das ist weg. Da ist schon wieder einer drauf. Egal, der blutet. Wollte grad sagen, ich muss ihn ja immer ab und zu mal erwischen, dass er blutet. Alter, manchmal kommt was durch, der Stego blockt halt. Sorry, Entschuldigung. Ich wurde zurückgeschleudert von den Tectorists. Ich versuch's nochmal. Achtung. Ich glaub, er steht einen Millimeter weiter drin. Ja. Ah, er blutet wieder. Ja, der Mist auch. Ich probes's nochmal. Player hinter dem Rockdrag. Player hinter dem Rockdrag. Er blutet wieder. Die haben ein neues Turret gestellt. Geht jetzt tiefer dahinter. Er blutet wieder. Ich hab' mal fixen ein paar Wax-Sachen eingepackt. Noi. Er geht raus. Oder? Naja, er kommt doch nicht raus. Das ist das Problem von ihm. Machen irgendwas Damage. 700er Hits mit meinem Dingens. Ja. Reinhalten. Oh ja. Nice. Töte abgeräumt. Ne, der blockt halt die eigenen Turrets gerade. Deswegen kommen die Rockets durch. Was ist denn das 900er rechts? Rechts nicht der Jain? Nein, nein, nein. Der Jain kommt erst viel weiter irgendwie. Aber bei der Oma Cam. Warte, ich versuch mit dem Strike das Heavy zu soaken. Wenn ich hier durchkomm. Das war ganz... Ja, Entschuldigung. Das war ein Heavy von uns. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Alles gut. Wir werden uns wohl leben. Ich weiß nicht, warum ich das immer lustig finde. Ich kam nicht durch. Gehen wir nach Shadow Stakes? Kommen wir mit Stego nicht hier lang? Ist das so schmal? Oha. Wo bist du gestorben? Shadow Stakes sind unten im Vault. Mool, äh, Red. Oh, nicht. Die Nürnz sind da voll. Kommen wir mit Stegos da durch? Oh, was ist von ihnen kaputt gegangen? Ja, ich hab's nicht. Den tue ich ihn aber nicht. Willst du irgendwann auf den Rock-Track gehen und nochmal tryen, ob wir die Takes abräumen können? Ja. Weil ich könnte weiter vorgehen, denke ich. Vorsicht. Nettet. Nettet. Günstigere Zeitpunkt zum Netten hätte es nicht geben können. Äh, Rock-Break kommt? Ja, gut. Dann geh ich vor. Hm, ich glaub ich komm hier aber an dem Headsham nicht vorbei. Ne, ich komm hier an dem Headsham oben nicht vorbei. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich komm. Heavy ist nämlich, Heavy ist leer, hat jemand Rockets? So, jetzt. Ne, Heavy schießt du da? Irgendwas schießt du da? Ja, unser Tech-Turid schießt die. Okay, ja, ja, Heavy schießt auf jeden Fall auch wieder. Gerade nicht. Einfach reinhalten, das sind deren Structures. Mhm. Die haben aber auch wieder ein Stegos stehen. Ich hab auch ne Kaki. Ne Kaki ist unten im Bolsch. Ja, die passt total. Kriegen wir die hier durch? Aber der Thüler, du hast ja den Thüler Fusion. Ja, ich komm nur gar nicht vorbei. Achso. Weil hier schießt grad nichts. Thüler steht schon wieder hinter euch. Thüler wurde abgeschossen. Na egal, ich geh jetzt da rein. Mhm. Sauber. Sehr gut. Du kannst auch immer wieder zurückgehen, Red, ne? Es geht nur um den, um diesen Blutungs-Damage. Deswegen immer, wenn er blutet, ne? Oh ja. Au, 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 au. Ja, ja. Äh, Red, ich hab dein, ich hab dein, ich hab dein Stuff aus dem Rockdrag raus. Red, pass auf, der Rockdrag kriegt. Ja, weil der mich im Stego immer sonst wo hin kickt. Keine Rockets mehr. Red, ich würd einfach versuchen vorbeizunetten. Jaja, das wär gut. Probier mal. Ist das der Rockdrag? Genettet? Ja, ja, das ist der Rockdrag. Ich hab's gar nicht gescheckt. Irgendwas flimmert. Ich schnappe auch die ganze Zeit immer wieder und denk mir so, Hä, warum gehen meine Schüsse nicht durch? Jawoll, da ist gut was durchgegangen. Ich muss in dem Strike gleich raus. Ich glaub, dass der Rockdrag im Weg steht. Ich würd den nochmal try und... Vorsicht. Ich kick ihn aber auch nicht runter. Man weiß schon nicht mal, wo man stehen soll. Ja, dann... Ja. Jetzt ist schon wieder ein Heavy abgeräumt. Pass auf, nicht da vorne. Ja, das Problem ist, jeder der auf Strike aufsteigt räumt, äh, gerade irgendwie alles ab. Ich hab Hunger, Alter. Also ich würd, wie gesagt, gerne mal mit Stego vorgehen. Der Stego geht Half-Life von denen. Ja, dann geh ich mit Stego jetzt vor, ja, und versuch ihn zu failen. Boah. Alter. Ja, Red, du läufst da auch schon wieder die ganze Zeit rum. Was machst du schon wieder da oben? Ich befähre jetzt gerade die Bags. Ja, und genau deswegen knallt's die ganze Zeit. Ich komm nicht an ihn ran, er kickt mich immer runter. Ich versuche ihn noch mal zu netten. Er ist netted, jetzt kannst du. Kannst du ihn empfehlen? Ich probier's gerade. Hab ihn, hab ihn. Ja, nice. Ich bin raus. Wurde rausgekickt. Von irgendwas. Alter, au. Womit kickt der dich denn? Ich hab keine... Keine Ahnung. Der... Der Stego hat wieder Tech-Tured Bug. Wirklich, ich komm hier kein Meter... Ich glaub ich bin fullstuck. Ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Der Stego... Was heißt das? Das ist, wenn er jetzt von Tech-Turits abgeschossen wird, wird er überall hingekatapultiert und dadurch, dass du an der Kante hängst. Ich stecke jetzt im Fußboden, also ich kann mich nicht mehr bewegen. Weder vor noch zurück, ich bin fullstank. Er schläft. Dann Thüler und los. Ich habe ein paar Shards mitgebracht. Siegen im Vault hinten. Aber Red, willst du noch mal auf den Rockdrake? Kann ich den nicht impalen, wenn der liegt? Kann das sein? Kann ich versuchen, ja. Das geht, glaube ich, nicht. Ah, okay, gut, dann müsste der Thüler hinterher kommen. Sehr gut, macht ihr das? Perfekt, ihr trefft genau die Pille alle. Die haben Para aufgestellt. Ja. Eins ist weg, sehr schön. Vorsicht, Rockdrake. Nein, nicht schon wieder Rockdrake. Der ist betäubt, der Stego. Ich sehe. Ich hau' nur auf den Stego drauf, damit der Cooldown behält. Ja, ja. Sehr gut. Die sind alle weg, die Tag-Turrets hier. Oh, das schießt zumindest nicht mehr. Jetzt müsste der Thüler kommen können. Ja, dafür muss man mit dem Rockdrake da wieder raus. Geh zurück. Ich glaube, du kommst neben mir ran an den. Ja, ich habe Vollkit, das ist mein Problem. Ja, aber die sind doch fünf. Also irgendwann wird doch, Gott, mal hier herkommen, oder? Also das Tag-Turret ist visiert, aber es trifft mich halt nicht. Nee, Thüler trifft's. Geil. Aber du kommst dran, sehr schön, sehr, sehr, sehr gut. Nice. Jetzt geht er gut runter. Jetzt ist er gleich bei... Na, Hälfte nicht, aber es wird. Kann mich jemand bereithalten? Der Spieler ist da. Der Spieler ist da. Der kommt. Ja, ich versuche ihn erst zu Ende zu beißen. Auf jeden Fall. Stego, der nächste Stego ist da. Die Betäuber können sich gleich wieder bereithalten. Wir haben gerade geklickt. Ja, ich weiß, sorry. Die haben wieder richtig abgeräumt. Ja, ja, sehr gut. Der Stego ist gleich tot. Wir bauen auf jeden Fall noch ab, ja? Sehr gut. Okay, ich geh weiter vor. Jetzt, wie gesagt, eine Rocket, um die hier erstmal abzuräumen. Die da wär gut. Komm, 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 komm. Ob ich gepinkt hab dahin. Da. Netted. Autschi. Entnettet. Jo, sie ist weg. Kannst du nachrücken? Kriegst du einen Meter? Moon? Ja, warte. Impläert mich mal jetzt. Ich hab das gekriegt. So, perfekt. Jetzt, genau, weiter reinhalten. Sehr schön. Eine Frau und die gegen mich halt gerade. Ja, ja, wir haben auch eine Frau und die gegen mich. Der Typ auf dem Stego ist hinter mir. Der will mich auch impalen. Naja. Effusion, versuch mal rechts über mich wieder zu zielen. Ich bin netted. Warte. 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 Wir machen hier grad richtig Meter, Mann. Ja, genau nochmal so. Du triffst einen Tag. Braucht ihr da vorne jetzt gerade irgendwas? Ah ja. Den Rockdrake eigentlich. Wenn der Rockdrake hier hingehen würde, weiß ich nicht, ob er geht, aber... Weil es sind ein... Es sind nur ein Tags, ne? Die schießen. Wer von uns hat den Rockdrake? Oh ja, sehr gut. Eins ist weg. Ah no, jetzt hab ich noch eins direkt über mir. Genau da. Ja, so, perfekt. Hat einer von euch das Elend wieder mit eingesteckt? Oh, bin tot. Ja, jetzt treff ich's nicht mehr. Jetzt bist du nämlich nicht mehr da. Genettet. Oh, nett. Aber technical is gone. Sehr gut. Ich kann auch auf den Stego wieder gehen, wenn der entnettet ist. Ich bin wieder da. Ich geh wieder rauf, ich hab eh nichts. Hier ist der Gen, hier ist der Gen. Ja, ja, den Gen back machen. Wo, wo, wo? Rechts rum. Hier. Ich hab den Stego von denen impaled. Ich hab den Teleporter gemacht. Den hat den noch? Ja, ich hab nichts für den Gen mehr. Ich hab keine Rockdrake mehr. Mach, geh rein mit dem Rockdrake auf jeden Fall red. Rechts rum, rechts, 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 rechts. Ja, genau. Ja, ja. Heavy, direkt vor dir. Ne Rocket, gleich auf das Heavy, bevor die's wieder gepowert kriegen. Ne Heavy, ne Rocket, bitte. Ich hab keine Rocket, ich hab keinen Rocket Launcher. Ich auch, ne, ich hab nichts. Sehr gut, nice. Kann jemand nachplatzieren? Vorsicht. Ben, geht Tüla hierher. Den Stego wegmachen mit Tüla. Ich hab nen Rocket Launcher, vorsichtig, geh mal weg da. Ich? Ne, der Rockdrake. Rockdrake halt gerade vorne ist gecleatet. Versuch mal jetzt nachzuspammen. Das ist aus, das ist aus, das ist aus. Ja, ja, weil die gerade, das ist halt erst von dem einen Gen, ne? Ja, Rockdrake hier rein. Ja, macht Platz. Der geht da nicht durch, du musst ihn reinwerfen. Ich hab den Stego tot. Da geht er gar nicht durch, ne? Ne, ne. Ich hab keine Soul, ich brauch ne Soul für den Stego auch. Du kannst verrücken. Bin dabei. Gott. Okay, ich glaub der ist einfach so mit den zwei. Ah, der ist neben dir vor sich Arnold. Ja, ja, Player. Player bei mir. Zu zweit hier. Wir haben uns echt ein gutes Stück nach vorne gekämpft. Wie es weiter geht, seht ihr aber erst im nächsten Video am Donnerstag. Wenn ihr bis dahin aber Lust habt, noch was zu schauen. Könnt ihr hier im linken Video zum Beispiel meine ältere Tag 4 Season angucken, wo wir von ganz Ragnarok die größte Base hatten und eigentlich dauergeradet wurden. Oder habt ihr Bock auf ein bisschen Asa-Content? Da haben wir es aufs Gottschdorf richtig klatschen lassen. Ansonsten bis Donnerstag. Alles Gute für euch und ciao, ciao. Ciao!